So, jetzt habe ich den Rollei Action Cam noch weiter drauf getan. Also wenn es das wieder nicht hinhaut, dann weiß ich auch nichts mehr. Es kann nicht sein, dass da mittendrin das Akku ausgeht. Aber das ist wurscht. Zum Probieren jetzt geht es. Was ich jetzt da rumprobiert habe und getestet. Bei dem Wetter, bei dem Wetter sind natürlich auch viele Leute unterwegs. Ist klar, jeder mag raus. So, dann schreibt man jetzt aus und das war es jetzt. Zum Testen genug.